Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Super Princess Peach. Im letzten Part ging es weiter hier beim Silberführen mit dann wieder drei weiteren Leveln in Level 6, 3, 6, 4 und auch 6, 5. Und dann in diesem Part kann man gleich wieder loslegen mit dem Bosskampf von Weltselex. Aber ich will vielleicht nochmal ganz kurz vorher einkaufen, würde ich sagen. Denn wir haben wieder 2000 Münster, das ist doch einiges, wo ich mir dann wieder coole Sachen kaufen kann. Zum Beispiel dann wieder einen weiteren starken Kaffee, welchen wir dann gleich mal gönnen. Ja. Thank you, bitteschön. So, und wir haben jetzt dann auch die vollen 5 Herzen. Ich dachte ja mal irgendwie, dass sie 6 Herzen wären, maximal, aber nee, sind 5. Macht auch irgendwie mehr Sinn, muss ich zugeben. Und deswegen, auf jeden Fall haben wir da jetzt auch dann alles in der Hinsicht gekauft. Wunderbar. Und ich will jetzt mal trotzdem dann meine weiteren Münzen auch noch sparen. Was sagt das hier, auch wieder Musik? Genau, beim U-Boot-Schirm dann oder sowas. Obwohl ich mir auch noch dann weitere Minispiele-Level kaufen könnte. Aber ich will das erstmal noch alles aufheben, weil hier noch weitere Sachen hinzukommen werden. Und das sind ja nochmal nützlichere Sachen, denke ich. Deswegen werden wir dann mal ein bisschen warten. Jupp. Okay. Aber mit 5 Herzen sind wir dann auf jeden Fall bestens gewappnet gegen den Boss. Und wir fangen da dann gleich mal an. Let's go. Natürlich wieder erstmal mit einem Minispielchen. Wenn ich mich wieder kurz dann wechsle. So. Und diesmal haben wir jetzt dann dasselbe Minispiel wie auch schon das aus Welt 4. Denn da mussten wir ja solche Gesteinsbrocken dann davon abhalten, dass sie Peach erwischt haben. Aber hier haben wir jetzt dann keine Gesteinsbrocken, sondern solche Eiskristall-Dingsis oder sowas. Keine Ahnung, die ich dann auf jeden Fall alles zerstören will. Wieder mal gilt auch die ähnliche Regel wie, oder dieselbe Regel wie auch schon in Welt 4. Denn die kleinen kann ich mit einem einzigen Tipper zerstören, oder halt Antippen zerstören. Die mittleren mit dreimal und für die großen muss ich fünfmal antippen. Aber dementsprechend kriegt ihr dann halt für die großen auch mehr Münzen, logischerweise. Und es dürfen auch hier wieder theoretisch die Dinger den oberen Bildschirm berühren. Sie dürfen halt nur Peach nicht berühren. Das ist halt wichtig. So, und geschafft. Yay, sehr schön. Also auch wieder dann kein so großes Problem. So, was kommt man denn als Tipp? Drüben ist der Boss dieses Ortes, ein Drache. Eine dicke Eisschicht umgibt ihn. Das heißt, mit normalen Attacken kommst du hier nicht weiter. Was macht man nur gegen Eis? Hm, das habe ich auch schon verraten, dass wir jetzt hier dann einen komplett neuen Gegner als Boss haben, den man zuvor noch in keinem anderen Mario-Spiel gesehen hat. Und auch ansonsten nie wieder, soweit ich weiß. Und das ist dann eben ein Eisdrache. Da ist er. Oh nein. Bam. So, hallo mein Lieber. Also erstmal, wie gesagt, die dicke Eisschichthalle um sich herum, deswegen einfache Schläge gegen ihn werden mir überhaupt gar nichts bringen. Aber ansonsten kann ich halt mit Freude oder Trauer jetzt auch nicht wirklich viel sinnvolles Zeug anstellen. Ich will dann erstmal seine Attacken ein bisschen zeigen. Denn da kann ich ja dann auch so eine Eisschichthalle erschaffen, die ich dann erstmal zerstören will. Er hat auch eine Eisart, aber ich kann mich aus dem Befreien, wenn ich wieder schnell genug irgendwelche Knöpfe drücke. Und dann kann ich auch über ihn drüber springen, wenn ich dann nicht schlecht wäre. Und so ist dann auf jeden Fall das Prinzip, dass man eben irgendwie drüber springen sollte und seine Attacken ausweiten sollte, logischerweise. Und dann zwischendurch mal die Wut einsetzen sollte. Yay, und dann kann ich ihm auch schon ein Leben abziehen. Da braucht es nämlich auch ein bisschen Leben, muss ich zugeben. Denn ich kann ja einfach dauerhaft so ein bisschen stehen bleiben mit meiner Wut, wenn meine Gemüt denn ausreicht. Und dann ihm seine Leben total leicht abziehen. Das ist nämlich auch ein bisschen bitter eigentlich. Weil ich meine, das hätten die schon so machen können, dass das vielleicht zwischendrin nicht geht und das dann wieder kurz erstmal ausweiten muss oder sowas. Aber ist dann doch nicht der Fall, leider. Übrigens, neue Gemütskristalle kriege ich dann wieder von den Eiskristallen, die er erschaffen kann. Was er dann gleich hoffentlich machen wird. Ja, dann kommen sie auch schon. Ja, ausweiten erstmal. Und dann war ich hier zerstören. So, ja, oder er zerstört sich auch selber, ist auch gut. Und mehr Gemüt, vielen Dank. Okay. Auf jeden Fall ist es halt, verdammt, befreien wieder. Befreien, befreien, sagte ich. Okay, ich glaube, ich habe hier zu früh befreit und wurde dann gleich wieder von dem Eisatmen. Das kann das sein, glaube ich sogar schon. Auf jeden Fall kann man sehen, dass er hier so immer drei verschiedene Leben quasi in seinem Leben hat. Denn das hier ist dann die etwas zerstörte Form, wo er danach dann übrigens auch immer eine Rahmatacke machen wird. Das ist die ziemlich zerstörte Form von ihm. Und dann gleich noch ein weiteres Mal und dann war es das auch schon mit seinem dritten Leben insgesamt. Okay, und wieder mal ein Phasenwechsel. Denn jetzt dann wird er fröhlich. Und er wird zu so einer Eisprinzessin oder sowas, die jetzt fliegen kann. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall ist hier die zweite Phase wirklich komplett anders als die erste, was ich aber auch ganz cool finde. Denn die kann jetzt dann solche komischen Kugeln hier nach draußen schießen. Und wieder mal hat sie auch Eis das Halle erschaffen, die ich zerstören kann, um wieder mehr Gemüt zu erhalten. Aber ich sollte die vor allem auch als Plattform benutzen, um dann sie von hier aus halt erwischen zu können. Moment, erstmal ausbrechen. Und dann jetzt hier sie schön erwischen. Denn auch in, verdammt, auch in dieser Form hat sie auf jeden Fall drei verschiedene Formen. Einmal die, wo halt ihr Schutzmantel noch komplett da ist. Dann wo es noch ein bisschen kaputt ist. Wo er dann fast schon ganz kaputt ist. Und dann noch ein weiteres Mal. Und dann kann ich hier eben ein weiteres Leben auch schon abziehen. Moment, so. Und war. Übrigens bei diesen komischen Eiskristallen am Boden haben wir auch sehen können, dass wenn ich draufstehe und ich benutze Feuer, dass sie dann nicht zerstört werden. Aber wenn ich sie seitlich berühre, dann schon. Oder von unten geht es auch. Warum genau das so ist, weiß ich nicht genau. Aber es ist auf jeden Fall so. Okay. Am besten mal nochmal kurz heilen. Denn jetzt dann gleich will ich euch dann, denke ich mal, wieder kurz zeigen, was ich mir denn hier schon als kleines Kind auch dann so überlegt habe. Was man denn hier als Challenge machen könnte, um sich den Boss ein bisschen schwieriger zu machen. Denn ich habe mich auch was überlegt. Zum Beispiel hier beim fünften Boss beim Blooper habe ich da nichts dazu gesagt. Weil ich mir da auch nicht so wirklich was überlegt habe, ehrlich gesagt. Aber hier habe ich mir was überlegt. Etwas ziemlich cooles, glaube ich, ich finde. Denn hier war es dann die Challenge quasi, dass man sie mit der Wut immer von oben treffen muss. Also hier so. Moment, denn ich kann auf ihr, das weiß ich nicht ganz. Denn ich kann auf jeden Fall auf ihr entlangbouncen. So nehme ich. Und das macht auch immer so ein klitzekleines bisschen Schaden. Aber ich werde halt auch häufig getroffen währenddessen. Und verdient auch viel Gemüt. Aber trotzdem kann man ihr so ein kleines bisschen Schaden häufiger machen. Genau. So nehme ich. Richtig. Und dann geht eben das Gemüt sehr schnell aus, da ich erstmal nach oben fliegen muss. Und da ich halt immer noch ganz, ganz langsam Schaden machen kann. Und dann müssen wir eben wieder hier ein neues Gemüt holen. Dann wieder zurück nach oben fliegen und dann selbiges nochmal, verdammt selbiges nochmal tun. Nämlich dann hier immer nur so Schaden machen. Eben. Wenn ich hier entlangbounze. Und das macht es um einige Schwerge. Das kann man auch schon in der ersten Phase machen. Während dann der Boss noch in seiner Drachenform ist. Das klappt natürlich dann auch. Da genauso. Und so kann man sich dann auch in diesem Boss hier um einige Schwerge machen. Wenn man das eben halt bei jedem einzelnen Leben versucht. Ich habe es jetzt nur beim dritten Leben hier gezeigt. Aber kann man dann eben auch bei jedem einzelnen, verdammt. Bei jedem einzelnen Leben dann noch versuchen, das ist nämlich aber sehr viel Schaden. Kann man eben noch bei jedem einzelnen Leben versuchen, das zu machen. Dass ich halt immer nur entlangbounzen darf. Auf dem Boss. Und dass ich halt nur dann Schaden machen darf. Und das dann auch ganz cool, wie ich finde. Und jetzt mal gleich wirst du aber sterben. Noch ein bisschen. Noch ein bisschen. Und stirbt. Du hast einen weiteren Tod gerettet. Sehr schön. So, und wer kennt das Prozedere? Wieder mal gibt es einen neuen Traum. Wie bin ich hierher geraten? Ich sah Großpapa hier und... Dieser Zauber machte mich zu dem, was ich jetzt bin. Aber an mehr kann ich mich nicht erinnern. Böse Stimme. Ich hörte von einem Jungen mit seltsamer Statur. Her mit ihm. Mit seiner Kraft mache ich mir die Welt untertan. Mit einem Schirm. Fieser Zauberer und Lakai. Ja, Herr, so soll es sein, Boss. Geschwollener Schirm. Nein, nicht. Lass mich frei. Oh, ich bin entkommen. Was für ein Tollpatsch. Oh, da kommt jemand. Hey, hierher. Hilf mir. Hilfe. Hey, mein Herr. Bitte rettet mich. Ihr wollt mich verkaufen? Nein, bitte helft mir. Reisender Händler. Hallo. Wie? Dieser Schirm? Ich habe ihn gefunden. Aber niemand interessiert sich für ihn. Irgendwie hat er mich angezogen. Interessiert? Bitte. Ich schenke ihn euch. Ein netter Greis nahm ich mit. Er war pilzig. Er hat doch so einen Stock dabei. Endlich kommen wir vom Fleck und es geht nach Hause. Das war natürlich übrigens Toadsworth, falls ihr es nicht erkannt haben solltet. Uff, ich muss unbedingt zu Großpapa. Doch zunächst müssen wir unsere Feinde bezwingen. Ich muss wieder ich selbst werden. Genug geredet. Wir haben viel vor uns. So. Wir haben jetzt einiges Neues erfahren, denn am Anfang des Spiels, im ersten Part, hat ja auch Peach übrigens den Regenschirm-Parry vom Toadsworth erhalten. Denn er hatte ihn dabei und hat ihm dann Peach gegeben. Hm. Auf jeden Fall geht es dann weiter hier in der siebten Welt, dem Himmelsdach, einer Wolken-Luft-Welt. Wird auch sehr passend für ein Mario-Spieler. Häufig sind die siebten Welten immer Wolken-Welten und auch hier ist es so. Wird übrigens jetzt alles hier auch schön verbunden übersehen können. Denn das ist hier relativ zentral, die siebte Welt. Und da fangen wir auch gleich an. Mit dann dem ersten Level. Jupp, los geht's. Let's go. So, das haben wir auch schon. Mit dann auch ziemlich cooler Musik hier, wie ich finde. So, und da oben haben wir dann erstmal solche komischen Dinger hier. Ich weiß nicht genau, was die Dinger da darstellen sollen. Ich meine, die lassen natürlich da Ranken herab, an denen ich dann auch entlang klettern kann. Aber was sollen denn diese Dinger da oben eigentlich darstellen, die die Rangen da herablassen? Weil ich meine, die haben ja auch irgendwie Augen. Deswegen, das sind schon Lebewesen. Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Ich habe doch keine Ahnung. Egal. Da unten war nichts, oder? Hier so? Irgendwie? Nein. Neue Schlucht. Will ich dann doch da ungern reingehen. Okay. Auf jeden Fall werden wir hier dann in der Wolkenwelt ziemlich häufig immer durch die Gegend fliegen müssen. Habe ich so den Eindruck. Mal gucken. Und auch hier ist nichts zu finden erstmal, was so Toads oder sowas angeht. Aber wir werden dann schon noch hier in dem Level alles finden, hoffe ich mal. So. Da müssen wir auch ein bisschen aufpassen, weil hier gibt es dann in Welt 7, glaube ich, auch einige gar nicht mal so ganz leichte Jump-Run-Einlagen. Weil eben auch häufig dann ich verschwindende Plattformen oder sowas unter meinen Füßen haben werde. Wie eben hier auch bei diesen Wolken. Soll ich denn diese Röhre da eigentlich reingehen? Ja, die wirkt sogar bonusmäßig, würde ich fast sagen, oder? Hm. Wir schauen mal. Oder auch nichts. Ähm. Ja, aber ist jetzt nicht. Dann gehe ich mal doch weiter nach oben. Vielleicht ist es halt doch die Herausforderung, dass man hier ganz nach oben kommen muss. Und dass man dann da oben mit irgendwas belohnt wird. Ich meine, hier in dem Raum selber ist zwar nichts mehr. Aber vielleicht ist ja dann in der Röhre da jetzt ein Tod zu finden, oder so. Wir gucken mal. Da ist was, ja. Aber ist es jetzt vielleicht trotzdem der richtige Weg? Das kann ja dennoch sein. Ich gehe jetzt mal hier entlang auf jeden Fall und gucke mal. So, erstmal hier ein bisschen heulen. Und da ist ein Tod. Alles klar. Ja, thanks. Aber es geht ja da oben noch weiter. Ja. Zu irgendeiner anderen Röhre. Okay. Und ich bin wiederum in einem anderen Raum. Ja. Ich glaube, das Leben werde ich dann vielleicht auch noch ein zweites Mal so ein bisschen spielen müssen. Weil ich da jetzt dann vielleicht bei dieser anderen Röhre gerade eben, bei dieser etwas unteren halt, in diesem großen Raum da, weil ich da dann vielleicht jetzt irgendwas verpasst habe. Ich weiß nicht genau. Keine Ahnung. Wir schauen einfach mal weiter. Hier darf ich nicht fliegen. Okay. Aber hier ist ein Windrad. Da muss ich jetzt mal kurz dann auf jeden Fall hier ein Wirbel machen. Ja. Und da oben komme ich da an, zu einem weiteren Tod. Thanks. So, wir haben wenigstens schon mal zwei von denen gefunden. Ist ja eigentlich schon mal ganz gut. Auch wenn ich da jetzt halt echt das Gefühl habe, dass ich irgendwas hier schon verpasst habe in dem Level. Könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen. Aber wir haben schon zwei gefunden, wie gesagt. Deswegen ist ja dann eigentlich ganz okay. Und da rechts ist auch noch irgendwas, wie es scheint. Ähm. Ja. Und zwar jetzt ein anderer Weg, oder wie? Ist da unten auch wieder dann eine Tür oder eine Röhre oder sowas? Ja. Äh. Das Level ist schon wieder sehr kompliziert. Auf jeden Fall. Ja, mal gucken. Und hier ist aber wieder etwas. Ich meine, das ist aber ganz gut. Wenn ich halt Räume finde, wo Peach da ein Ausquill-Zeichen hat und wo ich irgendwas entdecken kann, dann ist es ja eigentlich kein schlechtes Zeichen. Oder deswegen? Ich werde schon hier dann immer halbwegs zumindest auf dem richtigen Dampfer sein. Hoffe ich zumindest mal. So. Wo ist dann hier etwas zu finden? Ein Toad oder auch irgendwas anderes halt? Mal gucken. Obwohl ich da übrigens auch mittlerweile... Hier ist auch eine Röhre. Ähm. Okay. Obwohl ich da mittlerweile auch durch euch übrigens weiß, dass es... Ähm. Hier ist ein Toad-Kerzler. Dass es so ist, dass man in den ersten Leveln einer jeder Welt... Äh. Oder einer jeden Welt halt immer neben den drei Toads noch Musik finden kann. Ähm. Und zwar immer Musik aus der vorangegangenen Welt. Und dann den anderen Leveln halt dann immer noch ein Puzzleteil obendrauf. Anstelle von... Oder halt neben den drei Toads noch. Ich gehe jetzt mal erstmal hier rein. Ich habe aber keine Ahnung, wo ich jetzt bin. In einem Scrolling-Abschnitt. Okay. Ja. Das ist auch sehr, sehr verwirrend aufgebaut. Alles, wie ich finde. Erstmal kurz heilen am besten. Ist sehr, sehr verwirrend aufgebaut. Und wie gesagt, ich habe die starke Grund, dass wir das wieder dann doppelt machen müssen. Und hier ist übrigens ein unglaublich erfliegender Hammerbruder. Auch ziemlich cool. Und hier muss ich ein bisschen fliegen da, wenn ich die Münzen haben will. Genau. Auch natürlich bekannt aus Super Mario World zum Beispiel. Kann da auch noch in anderen Spielen vor? Ich weiß gar nicht genau. Auf jeden Fall weiß ich eben... Äh. Das ist aber auf jeden Fall der Name, den ich ihn gerade genannt habe. Das ist die korrekte deutsche Bezeichnung von dem Typen ist. Denn der heißt eben unglaublich erfliegender Hammerbruder. Im Englischen heißt aber glaube ich auch dann irgendwie Amazing Flying Hammer Bro. Deswegen, das ist wirklich die offizielle Bezeichnung von dem, was ich echt ganz witzig finde. Weil der Name irgendwie total blöd ist, finde ich. Und auch viel zu lang. Unglaublicher fliegender Hammerbruder für einen einzigen Gegner. Aber was soll's. Egal. So, hier geht's weiter. Und hier finde ich aber nichts mehr erstmal. Aber ich kann hier auf jeden Fall nach oben gehen. Hm. Habe ich jetzt vielleicht hier das Bonuszeug? Also in diesem Fall halt dann Musik verpasst. Bei dieser einen Röhre da vielleicht. Wo ich immer noch die Vermutung habe, dass da irgendwas dann... Ähm. Dass da irgendwas dann war. Hm. Ich meine es nicht genau. Aber ich meine ansonsten war es, habe ich den Eindruck gehabt, immer häufig so, dass wir die Musik in einem Level immer relativ früh gefunden haben. Sogar teilweise wirklich vor allen drei Todes. Muss zwar nicht immer der Fall gewesen sein, aber ich habe das so in Erinnerung irgendwie. Aber hier ist noch was. Ah, da ist sie. Okay. Ne, dann ist doch alles gut. Ich werde dann vielleicht trotzdem noch mal in das Level erneut reingucken. Einfach nur, um dann herauszufinden, was jetzt bei dieser einen Röhre dann da eigentlich los war. Weil ich das schon noch ganz gerne wissen wollen würde. Aber erstmal dann die Musik holen. Sehr schön. Die Partitur für Silber 5.2. Genau. Und dann natürlich auch gleich mal das Level erstmal abschließen. Mit dann hoffentlich einem Stern. Im letzten Part haben wir leider die Serie gebrochen, weil ich dann dort einmal eine Rübe hatte und keinen Stern mehr. Aber will ich es mal vielleicht mal kurz zeigen, was bei der anderen passiert? Ich kann mir da vielleicht kurz mal einen Pilz kriegen, wenn ich das schaffe. Moment. Okay. Gerade so. Da kann man 10 Münzen. Okay. Da werde ich mal auf jeden Fall noch die anderen Symbole auch noch zeigen. Es gibt ja ansonsten nur noch diese Blüte da, glaube ich. Und deswegen, das sind dann, glaube ich, ich schätze mal 20 Münzen. Und da habe ich da auch alles gezeigt davon. Okay. Ich gehe jetzt nochmal kurz rein. Ja. Weil ich eben wissen will, was bei dieser einen komischen Röhre noch zu finden war. Weil ich das ganz gerne eben, wie gesagt, wissen wollen würde. Weil ich meine, da haben wir ja keinen Tod finden können mehr anscheinend. Und auch ansonsten nichts mehr. Da wir ja alles andere schon mitgenommen haben. Und deswegen ist dann der Raum wirklich nur für Münzen da. Muss ja eigentlich so sein. Aber ich finde es trotzdem komisch. Deswegen will ich das mal mir ganz kurz dann genauer angucken. Ich war ja auch schon mal ganz, ganz kurz hier drin. Aber bin dann wieder sofort zurückgegangen eben. Aber was kann ich jetzt hier noch finden? Ist jetzt die Frage. Lustige Luftballone hier. Ja. Wo ich dann so ein bisschen entporsteigen kann auch. Alles klar. So. Die kann man glaube ich auch schon aus Yoshi's Island. Da gab es auf jeden Fall auch welche, die sehr ähnlich auszahen wie die oder sogar genauso. Ich glaube nicht genauso. Aber ich glaube ein bisschen anders schon. Keine Ahnung. Die aber auf jeden Fall auch so ähnlich funktionierten, wie jetzt die Luftballone hier gerade eben. Und hier finde ich noch mehr Münzen. In den Blöcken hier schätze ich mal. Ja, genau. Aber ich glaube der Raum ist echt nur für Münzen halt gut. Und ansonsten aber für nichts anderes. Wie es scheint. Jetzt habe ich den einen erwischt. Moment. Geh weg bitte. Kann ich den so eigentlich weghauen mit Wut? Keine Ahnung. Vielleicht. Vielleicht wäre ich schneller gegangen. So. Kein Peil. Dann hier nach oben. So. Und dann gleich komme ich nach diesem anstrengenden Parcours hier. Dann einfach wieder zurück in den Raum gerade eben oder wie. Da komme ich da jetzt irgendwie an einen Special Ort hin hier. Ähm. Ich bin jetzt hier. Ähm. Ach stimmt. Ach stimmt. Okay. Richtig. Hier an diesem Ort war ich davor auch nicht. Ich bin da einfach rechts hindern gegangen. Hier in dem Raum. Und ich habe das aber da links nie angesehen. Aber hier komme ich dann hier raus. Deswegen ist es dann so eine kleine Shortcut, die ich dann hier habe. Und das dürfte ein bisschen schneller gehen. Und für Speedruns ist es dann vielleicht ganz gut so irgendwie. Aber ansonsten hat es glaube ich jetzt keinen tieferen Sinn. Aber okay. Dann auf jeden Fall noch Level 2. Let's go. So. Erstmal diese komische Stacheln hier, wo ich drüber springen will. Und hier. Wow. Wäre mir ganz erschrocken. Hier können wir auf jeden Fall noch nichts besonderes finden im ersten Raum. Ich will erstmal dann den Kettenhunden hier aus. Das war knapp. Ausweichen. Und nicht einfach so in Schluchten reinspringen. Das wäre ja auch hilfreich. Dann gleich auch mal ein bisschen Gemüt zu bekommen. Wäre auch ganz nett. Kann ich da noch links rein gleich? Ist da irgendwas? Jetzt müssen wir mal kurz austesten. Äh. Ne. Okay. Ich kann auch. Selbst wenn ich unverwundbar bin. Dann komme ich der Ratsch nicht durch die Kettenhunde hindurch. Deswegen. Ich denke jetzt mal, dass dann da links wirklich nichts war. Kann man nicht hier nach unten? Ich habe gerade so irgendwas in Erinnerung. Irgendwo? Ne. Ne. Doch nicht. Der wird jetzt hier vielleicht zum ersten Mal gleich tatsächlich komplett sterben. Und alle meine Herzen verlieren. Ah genau. Wir können auch übrigens sehen, wenn wir nur noch einen Herz haben, dann haben wir einerseits dauerhaft so einen Beepton, der sehr nervig ist. Und außerdem geht es auch dann Peach auf dem Touch mir nicht mehr so gut. Deswegen. Wir sollten da ein bisschen aufpassen jetzt. Vielleicht. So, hier ist auf jeden Fall irgendwas. Äh. Auch ein paar Gegner vielleicht, die ich dann auch auffressen kann. Das wäre auch sehr nett. Vielen Dank. So. Ich kann am besten den auch doppelt auffressen. So. Wenn ich das schaffe. Sehr gut. Ja. Ne. Das war jetzt auch natürlich höchst intelligent, was ich jetzt da gemacht habe. Sehr, sehr intelligent war das. Ich dachte, ich habe überhaupt ein Herz verloren. Gerade eben, aber habe ich schon ein halbes Herz verloren. Genau. Deswegen will ich da auf jeden Fall ein bisschen... Aufpassen. Was zum Teufel tue ich eigentlich hier? Ja. Ich will jetzt nicht sterben. Obwohl ich auch mal zeigen könnte, was passiert, wenn ich sterbe. Aber ich werde nochmal später vielleicht eher auch so einfach sterben, weil ich ja sehr schlecht bin, wie ihr hier sehen könnt. Deswegen will ich jetzt nochmal ein bisschen warten. Und mich jetzt dann gleich aber bitte heilen. Ja. Und heilen bitte. Okay. Aber ich mache es mal so. Wenn ich halt bis zum Ende des Let's Plays noch kein einziges Mal so richtig gestorben bin, dass ich halt alle meine Herzen verliere, werde ich das nochmal dann irgendwann auch zeigen, was dann da genau passiert und wie dann der Game-Over-Screen aussieht oder so. Das weiß ich nämlich selber gar nicht genau, ehrlich gesagt. Deswegen werde ich das nochmal am Ende irgendwann dann vielleicht zeigen. So. Okay. Jetzt haben wir dann auch von dir mich heilen. Aber irgendwie ist es sehr schwierig, mich hier von den Gegnern wirklich effizient zu heilen, weil halt hier ganz viele Schluchten im Weg sind, da die Gegner halt auch dann häufig reinfallen können. Deswegen ist es irgendwie ein bisschen schwierig hier. Aber jetzt passt er dann ein bisschen besser wieder. Ich bin wieder ein bisschen jetzt dann besser dabei. Und lass mal wieder. Vier Herzen reichen erstmal. Okay. Gut. Damit fühlen wir es auf jeden Fall dann schon um einiges sicherer. Ganz klar. Ich habe jetzt übrigens deswegen... Verdammt. Deswegen ganz vergessen, ob jetzt hier in dem Raum irgendwas zu finden war. Ich weiß gar nicht mehr genau. Ich glaube schon, oder? Ich bin mir ganz sicher, wie gesagt. Hier unten weitere Gegner. Ja. Und da ist eine Röhre. Und da oben ist auch irgendwas. Das soll ich dann wahrscheinlich von diesen Koopas immer wegschumpen. Deswegen ist es manchmal kurz. Weil ich dann da vielleicht zu einem weiteren Tod oder sowas hinkomme. Wir schauen mal. Ja, ich müsste aber auch hier erstmal nach oben kommen. So. Sehr schön. Yay. Und ja, das ist ein Tod. Ja, thanks. So. Sind die Koopas jetzt noch da unten? Sind sie ja sogar alle? Nice. Dann mal ein bisschen... Okay, das ist wieder irgendwie reingesprungen. Aber ganz komisch. Keine Ahnung. Am besten mal kurz dann von denen hier ein bisschen Gebüt wiederherstellen. So. Am besten auch immer doppelt, wie gesagt. Vom Panzer und auch vom Körper selbst. So. Auch noch dich. Und dich werde mal so fressen. Passt schon. Alles klar. Okay. Und hier kommt auch wieder übrigens immer wieder Goombas raus. Kann man sogar hier immer wieder heilen. Kann ich doch überhaupt reingehen dann? Kann ich gar nicht. Okay, alles klar. Übrigens, wenn ich schon hier unendlich viele Gegner habe, ich könnte mir vielleicht kurz was zeigen. Was ich auch nochmal irgendwann zeigen wollte. Und ich kann es mal jetzt machen vielleicht, da ich auch wieder Gemüt bekomme. Genau. Ich will auch nämlich kurz zeigen, wie viel Gemüt eigentlich die verschiedenen Emotionen von Peach verbrauchen. Denn die verbrauchen unterschiedlich viel. Wut verbraucht nämlich am meisten. Wie wir sehen können. Geht nämlich dann sehr schnell runter, die Leiste. Dann Trauer verbraucht ziemlich wenig. Nämlich nur so viel. Geht wirklich nur ganz, ganz langsam nach unten. Und Freude verbraucht so viel. Das ist nämlich in der Mitte. Und dann auch nicht so wirklich viel. Aber es gibt da trotzdem noch ein bisschen mehr dazu zu sagen. Denn bei Gut ist es so, dass egal was ich während Gut mache, es immer gleich viel verbraucht. Und halt wirklich auch ziemlich viel, weil eben Gut auch wahrscheinlich die stärkste Fähigkeit von denen allen ist. Wo ich dann eben gegen alle möglichen Gegner auch schon vorgehen kann. Bei Freude ist es aber so, dass es mehr verbraucht, wenn ich damit tatsächlich fliege. Also nach oben fliege. Und in der Wirbelsturmform verbraucht es weniger. So in der Wirbelsturmform eben. Und so wenn ich fliege. Wirbelsturm. Fliegen. Also da kann man aussehen, dass dann das Fliegen eben ein bisschen mehr verbraucht, als die Wirbelsturmform. Und bei der Trauer gibt es sowas ähnliches. Denn bei der Trauer ist es so, dass wenn ich ruhig stehen bleibe, dass es dann sehr wenig verbraucht. Wenn ich aber renne, dann verbraucht es viel, viel mehr. Und viel, viel schneller das Ganze. Genau. Deswegen ist das dann eben so ein kleiner Unterschied, den ich mal kurz zeigen wollte. Wut verbraucht einfach dauerhaft immer viel. Egal ob ich stehen bleibe, mich bewege oder sonst irgendwas. Das ist immer gleich. Also auch wenn ich hier Wut mache. Und ich laufe währenddessen, ist es trotzdem noch genauso viel. Das wird dann nicht mehr oder so. Aber Wut ist auf jeden Fall immer viel. Und Freude und Trauer sind in der ruhig stehenden Form. Da verbrauche ich nicht so viel. Wenn ich aber halt fliege oder schnell rennen will damit, dann verbraucht es schon ein bisschen mehr. Will ich dann nochmal eben kurz ansprechen. Okay. So. Und hier, das sagt mir schon fast ein Scrolling-Abschnitt. Da wir da unten schon wieder dann so einen komischen Ort ziehen konnten. Wo ich dann wieder mit einer Röhre hier den Raum, äh, oder halt nochmal zurückgehen kann. Und dann eben diesen Abschnitt nochmal neu spielen kann, wenn ich will. Aber wenn ich dann wahrscheinlich nicht. Ich will jetzt erstmal hier einfach irgendwie dann nach oben kommen. Aber das kann ich mal so einfach. Vor allem, da ich jetzt auch nicht mehr so mega viel gemüt habe. Deswegen, ich kann dann gar nicht mal so wirklich weit nach oben fliegen. Und mich dann da durchtricksen. Ich muss ja jetzt hier zum... Boah, ich muss ja gar nicht... Ich werde mal am besten heulen. Ich muss ja sehr schnell sein. Ja. Aufhören wieder. Das war jetzt nämlich fast ein bisschen zu schnell. Vor allem, da die auch immer aufgestampft haben. Die bösen Gumbas da. Deswegen, das war jetzt gar nicht mal so einfach dann der Abschnitt. Okay. So, und hier ist was. Da oben ist dann die Röhre, die mich wieder zurückführt. Deswegen, die ich dann mal, äh, gekonnt ignorieren. Ganz einfach. Aber was ich nicht ignorieren will, ist, dass hier irgendwo ich dann etwas finden kann. Und vielleicht ist es da oben. Ja, ich habe schon den Tod gesehen. Deswegen, das ist es auf jeden Fall. So. In der Wüttelstumform bleiben, weil da verbrauche ich, wie gesagt, nicht so viele. Sehr gut. Und rein da. Thanks. So, und es fehlt schon nur noch ein weiterer Toad. Aber einen Puzzleteil haben wir jetzt hier in dem Level noch nicht finden können, glaube ich. Wie gesagt, das ist ja das zweite Level aus der Welt. Und deswegen kann ich halt dann hier als Bonus-Gedöns neben den drei Toads noch einen Puzzleteil irgendwo finden. Und wir haben hier noch keines mitgenommen. Ich glaube nicht. Deswegen, das muss auf jeden Fall auch nochmal irgendwie hier kommen. Mal schauen. Aber hier ist es nicht. Ui. Na, nicht in die... Warum stelle ich mal in den Schluchten rein? Okay. Aber siehste mal, hier ist es nämlich da unten dann ein Sprungbrett. Ich wusste doch, dass hier mal irgendwo noch in den Schluchten etwas sein würde. Und hier ist es so. Bam. Okay, da oben habe ich dann zu einer geheimen Röhre. Das ist nämlich fies, wie ich finde. Ich kann sogar hier noch weiter entlanglaufen. Ich gehe jetzt aber erstmal hier rein. Und wir haben einen Gondelabstück mal wieder. Okay. Haben jetzt auch schon länger nicht mehr gehabt, habe ich den Eindruck, da... Ja, ich hätte unten entlang gehen sollen. Egal, passt schon. Auf jeden Fall haben wir das schon länger nicht mehr gehabt, glaube ich. Da halt wir in Welt 5 und auch Welt 6 dann, glaube ich, ja wirklich gar keine Gondelabstätte hatten. Weil wir eben dann dort auch immer das U-Boot eher als Fähigkeit hatten. Aber ich glaube jetzt hier in Welt... 7? Verdammt. Hier in Welt 7 haben wir jetzt dann, glaube ich, gar keinen U-Boot-Abschnitt. Weil es ja auch keinen Sinn macht. So irgendwie, dass wir halt hier in den Wolken dann irgendwo einen Wasserabschnitt finden würden. Und hier machen halt dann die Gondelabschnitte, die ja eh sehr, sehr luftig angehaust sind quasi. Machen da auf jeden Fall mehr Sinn. Deswegen würden wir dann hier halt eher Gondelabschnitte finden. Und dann wenige oder halt gar keine von den U-Boot-Abschnitten. Genau. So. Jetzt kann ich bitte nicht nochmal sterben. Das wäre jetzt ganz nett. Alles klar. Und ich komme dann hier in irgendeinem anderen lustigen Raum raus. Ähm. Okay. Hier ist auch eine Röhre. Hm. Aber die führt mich jetzt wieder zurück. Wahrscheinlich ist so ein Raum gerade eben, oder? Jetzt bin ich hier Dirk bei einem Tod. What? Okay. Ja, thank you. Äh. Wo bin ich jetzt? Jetzt bin ich wieder ein bisschen verwirrt. Ehrlich gesagt. Ich gehe jetzt mal hier den Weg nach unten nochmal zurück. Ich meine, ich soll ja eigentlich halt hier von unten ankommen und dann diese Luftballons oder Luftballone halt da nach oben benutzen. Hier ist noch was übrigens. Aber ich bin jetzt nicht ganz sicher, wo ich überhaupt hätte rauskommen können quasi. Und wo mich jetzt diese Röhre da eigentlich hinführt. Ich muss mal auf jeden Fall auch kurz austesten. Äh. In den Raum hier. War das hier mit den Kugelblis von gerade eben? Schon, ne? Mit dem Sprungwetter. Genau. Okay. Deswegen ist dann auch einfach nur wieder dann ein alternativer Weg, den ich da entlang gehen kann mit der Gondel. Ähm. Aber das ist sogar auch wieder nicht so gut, weil ich dann wieder diesen Tod da verpasse. Ich meine, ich kann natürlich auch den Weg zurückgehen. Ja schon. Aber trotzdem ist es sogar irgendwie besser, wenn man dann diesen Weg hin nimmt. Es geht auch schneller als der Gondelabschnitt, ehrlich gesagt. Aber dafür kann ich halt beim Gondelabschnitt dann ein paar mehr Münzen mitnehmen auf jeden Fall. Vor allem, wenn ich auch diesen unteren Weg davon anfangen genommen hätte. Deswegen hat alles seine Vor- und Nachteile. Das kann man schon sagen. Okay. So. Äh. Dann haben wir jetzt hier nochmal was finden. Oder können wir hier nochmal was finden. Haben wir gerade eben auch wieder sehen können am Touchscreen. Deswegen hier müsste dann noch irgendwo das letzte Puzzleteil halt sein, das uns noch fehlt hier in dem Level. Und das wird dann hier oben vielleicht sein. Hier sind Münzen. Ja, mehr Münzen. Ah, vielleicht auch doch ein Puzzleteil. Doch das Puzzleteil. Sehr schön. Yay. Puzzleteil Teil 5 ist es nämlich. Alles klar. Und habe ich jetzt hier irgendwas Tolles verpasst hier bei dem Weg? Ich glaube mal nicht. Ähm. Außer so ein paar Gegner und sowas. Ne. Ich denke mal nicht. Ich werde mal wieder dann hier entlang gehen. So. Und nicht den Gegner reinspringen am besten. Das wäre auch ganz gut. Was? Was habe ich gerade eben gesagt? Was mache ich eigentlich alles hier? Kann man das einer von euch verraten? Kein Peil. Ja, ne? Okay. In dem Level bin ich jetzt so schlecht wie noch keinem anderen Level bisher. Im Let's Play. Ja, das Video ein bisschen konzentrieren wieder, bitte. Ähm. Wurde ja jetzt eigentlich das Puzzleteil gespeichert. Wäre ich da jetzt runtergefallen? Bin das wohl schon gespeichert, ne? Glaube ich, oder? Weil ich meine hier in dem Spiel wird ja auch immer alles gespeichert, so ungefähr. Die Münzen, die ich eingesammelt habe, auch deswegen auch das Puzzleteil dann. Also ist alles gut. Genau, okay. Okay, so. Und jetzt bitte dann ein bisschen aufpassen und nicht nochmal so ganz, ganz blöd abkratzen. Das ist jetzt schon das Ende. Okay. Jetzt nochmal werde ich versuchen, dann eine Blüte zu erhalten. Moment. Verdammt. Ich werde mal dann irgendwann auch eine Blüte erhalten, dass wir dann wissen können, wie viele es da sind. 20, 25, 30, irgendwie sowas. Das wir es dann auch mal irgendwann sehen können. Okay. Aber ich würde dann erstmal sagen, Leute, das war es denn hier für diesen Part von Let's Play Super Princess Peach. Beim nächsten Mal geht es dann auf jeden Fall weiter hier beim Himmelsnach der 7. Welt. Mit dann wahrscheinlich wieder, wie auch schon bisher eigentlich dann, dem 3., 4. und auch 5. Level. Und dann beim übernächsten Mal eben den Boss von der Welt. Wir haben bisher immer ganz gut hinbekommen in den meisten Welten. und wird dann beim nächsten Mal, glaube ich, auch alles so klappen. Denke ich mal. Okay. Auf jeden Fall würde ich da noch selber einen Daumen hoch, einen Kommentar oder auch ein Abo freuen. Und hoffentlich werden wir uns dann bei neuen Videos wiedersehen. Gut. Also dann, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.